Sind das auch die Rollenmuster, die Sie kennengelernt haben von zu Hause? Oder hat Ihre Mutter Sie anders? Guckt meine Mutter zu? Hier jedenfalls im Studio nicht. Hier im Studio nicht? Nein, wahrscheinlich schaut sie nicht so. Ja, das war im Grunde sehr interessant. Meine Mutter hat durchaus ermutigende Parolen gehabt und hat ermutigend gesprochen. Aber man muss ganz klar sagen, bei mir zu Hause, ich glaube, mein Vater hat nicht... Ich habe meinen Vater nie einen einzigen Teller raustragen sehen oder mal einen Staubsauger in der Hand haben. Ich glaube, mein Vater wusste nicht mal, wo die Waschmaschine steht. Ich glaube, meine Mutter war schon... Dabei hat meine Mutter, glaube ich, konsequenter Geld verdient als mein Vater. Aber sie hatte auch so das Ideal einer perfekten Frau und Hausfrau. Und das hat mich natürlich schon auch geprägt. Macht Ihr Mann das denn, den Teller rausbringen? Nein, das habe ich auch noch nie gesehen. Doch, vielleicht. Einmal. Bin ich ganz sicher. Das müsste schon länger hier sein. Haben Sie jemals versucht, darüber zu diskutieren oder haben Sie es relativ schnell aufgehoben? Doch, ich erinnere mich durchaus, dass als ich schwanger war mit unserem ersten Kind, dass ich meinem Mann gesagt habe, ja, aber einen Nachmittag in der Woche, einen Nachmittag muss er sich also auch frei nehmen und auf dieses Kind aufpassen und so. Und er hat bei allem immer freundlich genickt. Aber es ist nicht ein einziges Mal passiert. Es war ganz klar, das einzige Leben, was sich radikal verändert hat, war meins. Und ich habe es aber nicht in Frage gestellt. Und insofern ist die Frage natürlich nach meiner Erziehung richtig. Hätte ich ein anderes Beispiel vorgelebt bekommen, hätte ich sicherlich anders das eingefordert. Und das hätte vielleicht auch geklappt. Aber ich habe es nicht anders vorgelebt bekommen und deshalb war es für mich wahnsinnig schwer. Darf ich denn fragen, ob Sie es jetzt einfordern? Weil jetzt sitzen wir auch in der Sendung, dass er seinen Teil übernimmt und dass da Gleichberechtigung herrscht, was das angeht. Wie gesagt, die Kinder sind ja schon doch eine Weile aus dem Haus. Da hat er sich dann aber gut drum herum geschleudert. Da hat er es wahrscheinlich irgendwie gut erwischt.